hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von world of warcraft wir befinden uns hier in nasmir auf dem weg gerade zu der schildkröte also zum schildkröten lohr hier oben können wir schon die quests abgeben und es sollte eigentlich reichen für level ab was nehmen wir noch am besten 277 63 68 ist das doch besser so gleich austauschen so dann gehen wir weiter weil wir haben hier noch mehr quests bekommen so und hier vorne sollte man dann beim lohr entschuldigung bin leicht verhunde hustet ja ja müssen sie tja der arme lohr tot der handelkönig ja ja das stimmt wohl auch wahr aber so nett der nimmt mich ein bisschen mehr bumms drauf naja dann würde ich sage ich folgte nur modus doch vielleicht nicht schlimmeres passiert aber ich weiß hier schon was passiert weil ich schon zweimal durchgemacht habe so dann schauen wir mal und da geht es jetzt los alle die hände die komplette schildkröte ausgeschlachtet okay die fischer müssen wir kaputt machen ich denke die brauchen wir auch ja der arme lohr er wollte nur seine geschichten erzählen und wurde dann so niedergemetzelt und wirklich im endeffekt zu einer wohnung verarbeitet es ist noch nicht schön nicht schön so was aber okay wer weiß für was es gut war okay das wäre halt starker lohr für uns gewesen na komm her dich nämlich doch auch noch mit den da brauche ich noch die da drüben brauche ich noch also ich brauche so ziemlich alles was darum flippt war das schade kommt schon richtig gut mittlerweile da kommt ich nämlich auch noch mit also jäger macht schon gut verdammt gut schade irgendwie seelen sammeln seelen sammeln das nimmt man auch noch mit das ist gerade da und außerdem brauche ich sowieso ich muss bloß aufpassen dass ich nicht so weit reingehe okay da habe ich jetzt schon drei von fünf kommt dich und die gruppe dann immer noch mit du bist ein fernkämpfer die schnell mich mehr so weg so darüber das nimmt man auch noch mit das ist ja gerade hier also ihr seht wenn der quest tut geht es alles ein bisschen schneller klar je nach charakter oder was er tut geht es halt flotter oder net also ich muss ehrlich sagen der mensch klasse anhalt schon ein bisschen mehr vorteil klar jede klasse hat fast seine der mensch klasse eigentlich eine tut sich ein bisschen mehr andere ein bisschen weniger ich weiß halt nicht wie es mit paladin war also ich hatte damals der paladin auf schutz hochspiel genauso wie ich die kriege auf schutz weiter gespielt habe weil mir das einfach besser liegt weißt du so laufendes bollwerk hat halt schon ich sag mal seinen reiz wie gesagt entschuldigung ich bin leicht verkältet bisschen huste bisschen schnupfe aber das soll mich nett davon abhalte hier videos zu machen außer es geht gar nichts mehr und dann muss mir das halt nur entschuldigt dass okay video kommt aber ich produziere immer schön vor also von dem abgesehen kann ich ein paar tage über brücke muss halt bloß schauen so jetzt brauchen wir den dicken dahinten noch den da die kriegen wir auch noch beschwörte jatz jatz mit jatz mit tz na komm her so viel halte doch gar net aus jetzt sind doch nur noch sechs prozent vier zack tot ist sie hey 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 finger weg von mir jung jungen mhm 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 ah ja so so nährt mich nährt gar huhn ja dann gehen wir mal zurück teilen dass der andere mit und hoffen dass wir dann einen plan haben wie wir das ding hier zerstören aber wie gesagt der arme loa wurde total ausgeschachtet es ist nicht mehr feierlich und dann wurden noch leute drin es ist fast schon so schlimm wie bei manch anderer filme wo man kennt genauso wie nur bei gar nicht so galaxy war auch mal ein schädel 77 gestor wird jetzt ausgetauscht ja das ist ein bisschen doof okay gesagt getan also werden wir das jetzt auch tun händler 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 sehr viele tja nein nein genau händler 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 entschuldigung toll jetzt sind die unsichtbar aber ich nicht so ein case naja was solls so oder machen fangen wir mal an die lager zu zerstören äh äh verdäbtes loa blut da fangt schon alles an die müssen wir jetzt kaputt machen den nehmen auch noch mit so drehen wir uns mal ein bisschen das mal ein bisschen mehr sehen weil wäre ja schade wenn uns so irgend so gebämpel im gesicht hängt muss ja nicht sein so wir müssen jetzt die ganzen typen töten loa blut holen hier gibt es auch noch spezial quest die machen wir natürlich mit da gibt es zwar nicht viel kohle 45 aber gibt noch ein bisschen extra xp also kann man das mal mitmachen außerdem haben die vier jetzt nicht so viel power drauf dass wir sagen müssen jetzt so gefährlich dass man die nettschaft zur loa blut einmal die kümmer alle holen das ist nicht so viel kram zwei stück das sollte man locker schaffe ja ich finde die fische also die du im hier die erinnern mich immer so ein bisschen stranger things ich glaube die sollen auch ein bisschen angelehnt sein also ich gehe mal davon aus na reinigen ähm wenn ihr es also ihr könnt mir das mal ohne gerne mit kommentaren schreiben ob ihr das genauso seht aber sie sehen fast schon so ähnlich aus klar äh die haben dann vier beine und sind ein bisschen länger äh aber sie sehen fast so ähnlich aus und das schlimme ist ja es gibt ein pad wo man kriegen kann und der hess da noch dart also eine große verwechslungsgefahr dann so da hinten ist auch noch eine schildkröte frosch mit deckel zack den brauchen wir nämlich für unser bonus ziel da kommen den da drüber nehmen wir auch noch mit der steht einfach nur so ein bisschen rum ziehen wir die bisschen zusammen hauen ein paar krähe drauf und dann geht's ab bis zur heilung sollte ich auch noch raushaue das war's schon systema so und die nächsten na komm was kaputt so dann kämpfen wir uns zum nächsten durch da komme ich nicht durch oder was na doch komme ich durch wäre ja auch gelacht wär nett weil an mir ist ja nicht viel dran also von dem abgesehen müsste ich überall durchlaufen können fast oder erst schon kaputt das ging aber flott vielleicht ist auch immer gut fürs kochen zack da ist noch mehr blut denn immer auch noch mit bisschen rum ihre firma schuss ich möchte nämlich keine aggro haben bitte bin nicht so viel aggro also an mir ist schon nicht viel dran weil ich schon verfault ohne ende aber wenn mich schon jemand angreift und mir fetze rausreißt das wachst du nie wieder zusammen am schluss renne ich schon als skelett rum das muss ja gar nicht sein so nächste klipperkugel zack so die habe ich da habe ich noch tierchen drin wo ich brauche also ein frosch mit deckel nein wird es nicht was wäre schlimm wenn wäre echt schlimm wenn so die haben wir auch für beide und gut futter so 56 prozent das geht ein bisschen arisch langsam naja wir brauchen dann noch drei blut und die schrift holle ich höre was durch das gedicht zieht mir halt schlecht ja ok ich habe jetzt nicht gesehen aber was abgeschmissen hat oder nicht schade hat er was abgeschmissen sieht mir was nö leider nicht schade naja aber wie gesagt ich nehme die immer gern wieder mit weil haben wir halt den vorteil dass man halt ein bisschen material kriegt und das brauchen wir halt kriegsressourcen brauchen wir immer um unsere anhänger loszuschicken um ruf zu fahren materialien zu bekommen man kriegt auch quests dafür aber hauptsächlich für azerit macht also sollte man das ganze immer ein bisschen mitnehmen hier ist auch noch da ist noch eine bluthexe wo ich brauche und vor dem blut wo ich brauche also doppelt gut so also erstmal frei mal der frosch mit deckel und dann holen wir uns noch das blut das müsste dann das sechste sein genau äh da drüben ist noch blut da rennen wir dann noch hin weil es sind hier nur noch 82 prozenten haben wir die eine quest auch schon erledigt wie gesagt ich mache das halt jetzt wirklich nur nicht wem gold wo man kriegt weil 45 gold 20 ist jetzt nicht die welt es ist aber da wo ich sowieso die sachen töten muss und dann nimmt mir das halt mit weil man dann sagt das bisschen geld kriege ich mehr ich kriege ein bisschen mehr xp und mein kriegsressourcenbonus von 10 na komm wenn ich schon die patrouille mit kriegt dann nehme ich sie auch und mache sie kaputt ganz kaputt komm her oh mein skorpion brauchen wir ein bisschen lebben lebben lebberkäse lebberwascht so komm her so da haben wir jetzt nur eine kugel die tatschen wir mal an oh die habe ich nicht anvisiert ja komm die sprache ich auch noch drei prozent fehlen ja noch dann bräuchte ich nur noch eine kugel wenn ich das richtig sehe so die eine kugel also das eine habe ich schon mal das blut für gar hun kannst du vergessen mich gibt nix blut ach die fallen wie die micke mittlerweile hängst du fest machst du doch gekämpft weil es hat eben so ausgesehen ob sie so verpackt wären hätte sich so irgendwo in die kante rein gebackt weil wie gesagt klitsches bugs die ich finde nicht die die finden mich also ich kann machen was ich will die finden einfach mich so noch luke nicht vergesse weil es könnte geld drin sind genau weil ist ja nicht so dass man jetzt schon eure geld hätten so wir müssen hier noch was tun hier sind die knochen die schrift rolle sorry so schrift rolle haben wir haben wir hier alles jetzt müssen wir hinten abgeben Entschuldigung da reine man muss schnell hin raus ja so hier hinten genau einfach den weg entlang das ist ja einfach das kriegen da ist es auch schon ein bisschen minus hier drücke oh da ist ja irgendwo noch ein rahmob rahmöps da ist er auch dahin schon so äh ja ja das war's so äh stimmt okay so aber in diesem sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs zusehen ich hoffe er hat genauso viel spaß wie ich wie gesagt schreibt mir bitte was in den kommentare abonnieren nicht vergesse teilt das video das hilft mir ungemein weiter und zeigt mir auch dass es ihr interesse daran habt in diesem sinne macht weiter so und tschüss 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 tschüss